Wir stehen auf dem Markt in Leipzig. Heute ist großer Klima-Tag und Klima-Fair. Aber hier könnt ihr mal sehen, was echter Einsatz ist. Ihr kennt mein Logo, den Totenkopf. Den kennst du auch? Dürfen wir den mal sehen. Kannst du den mal ein bisschen größer machen? Verschleckt. Das geht so. Gar nicht so versteckt. Für jeden bedeutet ein Tattoo was anderes. Mein Logo, ich hab das übrigens auch oft tätowiert irgendwo hier, wo ist es da? Wir haben also quasi ein Partner-Tattoo und du hast es ja da. Für dich bedeutet es vielleicht was anderes als für mich. Was bedeutet es für dich? Für mich bedeutet das, dass im Grunde alle verstorbenen Menschen, wenn sie skelettiert sind, alle gleich aussehen. Und was lernst du daraus für dein Leben? Mein Leben, dass alle Menschen im Grunde ja gleich sind. Nicht nur im Herzen, sondern auch in den Knochen. Anatomisch, ja. Außerdem hast du noch meinen Namen und eine Fledermaus. Sehr, sehr hübsch. Ines, bist du eifersüchtig? Nein, hab ich das selber gemacht. Hast du selber gemacht? Sehr, sehr.